Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Anno 1800 Projekt hier auf meinem Kanal. Ab dem 1. Mai geht es los, jeden Tag eine neue Folge und worum es genau geht, erkläre ich euch im Laufe der Einstellungen. Wir wählen hier ein neues freies Spiel, weniger Hilfe, nehmen irgendeinen Charakter, das wird sich so oder so jetzt nochmal ändern und nehmen auch irgendeinen Namen, den wir auch nochmal entsprechend anpassen werden. Und dann kommen wir auch schon zu der Challenge, die wir haben, denn wir wählen hier alle DLCs einmal ab, denn wir werden hier Vanilla spielen, sofern das natürlich möglich ist mit den kostenfreien Game Updates, die man entsprechend nicht ausstellen kann. Natalia passt zu dem netten Herrn hier nicht, nehmen wir mal den John, das passt doch. Außerdem haben wir noch ein paar weitere Regeln, um uns die ganze Sache nicht sogar zu einfach zu machen. Und zwar werden wir ohne Items spielen, wir werden mit Archibald keinen Handel betreiben, denn das ist der einzige NPC, den wir mitnehmen müssen. Und wir werden auch keine positiven Zeitungseffekte nutzen, zumindest keine, die uns irgendwas bringen. Wahrscheinlich nehmen wir irgendwas in Richtung Krieg oder so, was wir hier ohne NPCs oder so nicht nutzen werden. Ansonsten, ihr seht es, ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt und auch schon den Seed ausgewählt. Der Seed, auf dem wir spielen werden, ist der mit Zeitpunkt der Aufnahme beste Seed mit den meisten Kacheln. Wahrscheinlich ist es so, dass schon wieder irgendein neuer Seed gefunden wurde, der noch ein bisschen besser ist. Aber hier haben wir ihn, die 1-3-2-0-6-2-9-5-2-4 und ganz wichtig, auf dem Kartentyp Ecken. Wir wählen hier alles in einfachsten Einstellungen, also normal, alles reicht nicht und gehen dann weiter in Richtung Charaktere. Und hier habe ich ja schon gesagt, wir werden ohne NPCs spielen, wir werden ohne Händler spielen, weil wozu brauchen wir die Händler, wenn wir so oder so keine Items verwenden. Dann Einkommen darf doch ruhig hoch sein und wir lassen auch hier ruhig alles auf möglichst einfach und gucken dann mal mit den Startbedingungen. Ja, wir lassen das Flaggschiff, wählen uns aber unsere Insel selber aus, groß und wir wollen die Karte aufgedeckt haben. Keine Siegbedingungen und damit kann es dann auch schon losgehen in das neue Projekt. Aber jetzt muss ich euch leider noch ein bisschen auf die Folter spannen, denn los geht es wie gesagt am 1. Mai, also diesen Sonntag, wenn ihr das Video seht, beziehungsweise wenn es hier auf dem Kanal erscheint. Und das auch noch einmal zusätzlich oder noch ein zweites Mal gern erwähnt, es wird täglich eine frische Folge von diesem Let's Play geben. Das auch ohne, dass wir andere Projekte vernachlässigen und auch in den Livestreams werde ich in Zukunft, vor allem am Wochenende, wieder ein bisschen regelmäßiger zu sehen sein. Daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, ganz schnell unten draufklicken, Abo mitnehmen, kostet nichts, tut nichts weh, hilft mir weiter und viel wichtiger, aktiviert auch die Glocke, damit ihr von diesem Let's Play keine Folge verpasst. Dementsprechend sehen wir uns am Sonntag, wenn ihr mögt oder in einem der anderen Let's Plays. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.